Hallo und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten einer neuen Folge SUK Erklärbär. Ich habe heute früh ein Video gemacht, da ging es um eine Kollision in Venedig und ja, dann kam immer wieder die Frage, war denn kein Lotse an Bord, warum macht der Lotse denn überhaupt nichts? Es war wohl ein technischer Defekt und ich bin dann auf die Idee gekommen, euch mal zu erklären, was ist ein Lotse überhaupt? Und zwar kommt das aus dem englischen Lotsman, das heißt so viel wie Gleitsmann und der Lotse, der geleitet das Schiff bzw. die nautische Crew durch verschiedene Gewässer, durch den Hafen, durch den Kanal, durch ein Seegebiet. Es gibt nämlich auch verschiedene Lotsen, es gibt einen Kanallotsen, einen Hafenlotsen, einen Seegebietslotsen und das sind im Regelfall Kapitäne. So sind zum Beispiel einige Kapitäne von AIDA mittlerweile bei der Lotsenbrüderschaft Emden oder sind am Kanal, am Nordostseekanal Lotse. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Der Lotse, der wird mit einem Lotsenboot zum Schiff gebracht. Am Lotsenübergabepunkt geht er dann aufs Schiff, kommt auf die Brücke und ist nur beratend tätig. Die kennen einfach die Seegebiete, den Hafen oder den Kanal aus der Westentasche und wissen genau, wo sind Untiefen, wo darf das Schiff nicht langfahren, wo sollte man langsamer machen. Und das macht ein Lotse. Der steht auf der Brücke und erklärt dem Kapitän, wenn der nicht ganz so erfahren ist, was er zu tun hat. Manchmal reden sie einfach nur miteinander, weil der Kapitän mindestens genauso viel Erfahrung hat. Es ist also nie so, dass der Kapitän das Kommando abgibt. Nie ist falsch, denn einmal ist das mindestens so. Im Kanal von Korinth ist es tatsächlich so, dass der Kapitän keinerlei Befugnis hat, das Schiff zu steuern. Das machen die Kanallotsen. Die sind dann zu dritt und steuern jeweils 15 Minuten das Schiff mit so kleinen Joysticks. Aber das ist ein Sonderfall. Passiert in der Regel eigentlich sonst. Ich kenne keinen anderen Anwendungsfall, wo der Lotse das Kommando übernimmt und der Kapitän tatsächlich das Kommando abgeben muss, außer den Korinthkanal. Also wer in den Hafen von Hamburg oder Venedig oder sonst wo reinfährt, ist auch immer dafür verantwortlich für sein Schiff. Also jeder Kapitän ist da vollkommen verantwortlich. Und der Lotse ist immer nur ein Berater, der Tipps und Vorschläge gibt. Ob der Kapitän die dann übernimmt oder nicht, ist am Ende seine Sache. Er muss dafür gerade stehen. Ja, das ist also die Aufgabe von einem Lotsen. Es ist also, es macht nicht viel Sinn bei jeder Kollision oder jeder Havarie zu sagen, da ist doch ein Lotse, der muss doch was machen. Nein, der Lotse, der kann da auch gar nichts machen. Denn der Lotse ist einfach nur ein Berater. Und wenn ein Schiff wie heute beispielsweise, wenn es tatsächlich ein technischer Defekt war, auf ein anderes Schiff drauf fährt, was soll ein Lotse machen? Außer sagen, oh scheiße, jetzt knallt es gleich. Kann der auch nicht mehr machen. Ein Lotse ist also kein Übermensch oder kein Herrgott, der dann rausspringt und das Schiff irgendwie weghebt oder so. Es funktioniert nicht. Er berät einfach nur, wie in einem Seegebiet, in einem Hafen oder in einem Kanal zu fahren ist, damit es zu keinem Schaden kommt. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch so, dass viele denken, ein Lotse könnte schäden vermeiden. Nein, kann er nicht. Er kann technische Defekte nicht vergessen machen. Und er kann einfach nur sagen, Kapitän, es macht am meisten Sinn, hier lang zu fahren in der Geschwindigkeit. Mehr kann er auch nicht tun. Oder der sagt auch, wo man am besten drehen kann beispielsweise. Das ist die Aufgabe eines Lotsen. So, das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergeholfen. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Daumen nach oben wäre auch super. Und ja, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.